Hallo, hier ist der Willi von Altersgeist-Send in Offenbach. Ich bin ja gerade im Wolkentor-Send-Tempel in Halle. Wir sind schon fast am Ende unseres Fünf-Tages-Session, das morgen Vormittag zu Ende sein wird. Alle Teilnehmer, die dabei sind, haben mit ihrer Praxis zur Intensität des Session beigetragen. Alle sind wirklich wunderbar dabei. Und ich genieße die Zeit mit den Leuten hier. Ich genieße die Achtsamkeit, die wir gemeinsam üben, von morgens früh bis spät in den Abend. Ich genieße die Stimmung hier in diesem schönen Wolkentor-Send-Tempel. Wirklich ein wunderbarer Ort, an dem ich immer wieder gerne bin. Morgen wird es vorbei sein. Da ist man schon fast wieder ein bisschen traurig, obwohl die Zeit auch anstrengend ist in so einem Session. Auf jeden Fall wünsche ich allen, die dabei sind, dass sie viel von der Energie und der Freude, die wir in diesem Session erleben, mit in den Alltag nehmen können. Wir hören uns wieder, wenn ich wieder in Offenbach bin. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuschaut. Bis dahin. Wir lieben. Wir lieben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020